Hallo, ich bin Johnny Cash. Ich will nichts anderes machen als Musik, Musik, Musik! Sie sind June Carter. Ich weiß, und du bist Johnny Cash. June Carter? Ja klar, angenehm. Johnny, manchmal kannst du penetrant sein wie eine Scheißhausfliege. Ich will das nicht, hörst du? Aber ich will dich. Ja, und wohin soll das führen? Du bist verheiratet, ich bin verheiratet. Wir sind Kollegen. Freunde. Okay, Freunde. Füreinander bestimmt. Hey, Johnny, komm hoch. Hey, es gibt da Luft, Johnny. Hey, es gibt da Luft, Johnny. Ganz ruhig, Johnny. Atme ganz ruhig. Ich bring dich auf dein Zimmer. Alles wird gut, Johnny. Alles wird gut. Ich brauch mal eine Pille, Johnny. Ich brauch mal eine Pille. Dann kannst du wenigstens deine Besucher empfangen. Rick Rubin. Mr. Rubin? Großer Gott, wo haben sie dich denn freigelassen? Ich bin in der Haft. Rasieren oder sowas ist nicht so dein Ding, was? Kostet zu viel Zeit, kann ich besser nutzen, indem ich Platten mache. Zum Beispiel mit Ihnen, Mr. Cash. Danke, Leute. Vielen Dank. Also, falls ihr es nicht wisst, Hello, I'm Johnny Cash. Wie geht's mit Ihnen? Musik Die Musik ist gut, ich denke auch die Story ist gut erzählt und ich glaube die Darsteller und auch die sängerische Leistung finde ich super. Mir gefällt das Stück ganz toll, ich bin sehr beeindruckt. Besonders gut gefällt mir die musikalische Leistung, einmal der Band, also ganz toll. Und die Sänger gefallen mir auch super klasse, also hätte ich nicht erwartet, dass das so rund wird. Also es hat ja auch gewisse Aspekte, die ein bisschen lustig sind und das Leben an sich, das Johnny Cash ist ja nicht immer einfach gewesen und immer lustig und insofern denke ich mal, passt das, die Mischung ist eigentlich optimal. Das Stück hat mir sehr sehr gut gefallen, es war ein ganz ganz toller Abend, besonders weil heute unser Hochzeitstag ist und es war einfach wunderbar. Applaus 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 Applaus